Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erntefrisch von Coop. Heute zeigen wir Ihnen, was es alles braucht, damit man das Versprechen auch wirklich anhalten kann. Und zwar am Beispiel der Chiquita-Banane. Wissen Sie eigentlich, warum Bananen krumm sind? Ich zeige es Ihnen gerade. So hängen die sogenannten Bananen-Hände zuerst am Stamm. Die Finger also, die Bananen, nach unten gegen die Erde gerichtet. Drei Monate später aber, kräumen sie sich langsam nach oben gegen die Sonne zu. Darum also ist Bananen krumm. Und darum sind sie so schön. Chiquita-Banane. Das Ernten von den Chiquita-Bananen basiert genau beim richtigen Reifegrad, und zwar sorgfältig und schonend. So ein Büschel ist bis 40 Kilo schwer. Und schon schweben sie frei und sicher vor Beschädigung an dieser Seilbahn in die Packstation. Hier werden die Bananen sorgfältig vom Stamm geschnitten und im Wasser gewascht und gekühlt. Und immer wieder gibt es Qualitätskontrollen. Die Farbe, die Durchmesser und die Länge und natürlich auch die Temperatur einer Chiquita-Banane müssen ganz genau stimmen. Jetzt geht es ab auf die Reise mit der Bahn. Und dann in den grossen Bananenfrachtschiffen von Mittelamerika nach Europa. Der Verlade geht schonend und schnell mit den modernsten Förderanlagen. In der Schweiz übernehmen die speziell klimatisierten Frischproduktlastzüge von Coop die schnelle Verteilung in die 1400 Coop-Läden. Und 15 bis 20 Tage nach der Ernte in Mittelamerika sind sie in ihrem Coop-Laden parat. Chiquita-Banane frisch und ausgereift zu gewohnt günstigen Coop-Prisen. Und jetzt noch etwas. Machen Sie doch mit am grossen Chiquita-Olympiade-Wettbewerb bei Coop. Es geht um den Kleber mit dem Waschbär, der auf jeder Chiquita-Banane ist. Achten Sie gut auf den Kleber und so können Sie nämlich Ihre Wintersportausrüstung gönnen. Die Teilnahmekarten gibt es in Ihrem Coop-Laden. Hier habe ich gerade noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Lenzburg und Umgebung. Morgen Morgen am 8.00 Uhr geht dort in Lenzburg der neue Coop-Center auf. Und neben einer schönen Metzgerei mit Bedienung finden Sie dort auch eine grosse Früchte- und Gemüseabteilung. Sie sehen, Coop sorgt immer wieder für neue Einkaufsmöglichkeiten in Ihrer Nähe. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Liter Coop-Orangen-Sirup statt 2,70 nur 2,40. Drei Dosen geschälte italienische Midi-Tomaten für nur 1,50. 400 Gramm Schwarzwälder Rahmglasse Goldstahl statt 2,50 nur 2 Franken. Zweimal 500 Gramm Spaghetti Napoli statt 2,40 nur 1,60. Magerspeck, Geräuchert und Vakuumverpackt kostet bei Coop nur 7,90 ein Kilo. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag sind alle Coop-Joghurt im Becher an 180 Gramm Zäherabbe günstiger. Als aktueller Preisschlager das Flaschengestell 20 Teilig für nur 12,90. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.